So Leute, im heutigen Video werden wir uns mal wieder ein bisschen mit den Wahlen befassen. Dann haben wir ein großes Pattern, das sich momentan auf dem Daily Chart abzeichnet. Wir schauen uns die längeren Timeframes und auch die kürzeren Timeframes an. Und damit willkommen zurück meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. So, dann würde ich sagen, lasst uns jetzt heute mal ausnahmsweise auf dem Weekly Chart anfangen. Das, was wir jetzt hier sehen können, ist, dass wir gestern unsere Weekly Kerze geschlossen haben. Und so wie wir geschlossen haben, bedeutet das, dass wir uns immer noch innerhalb dieser beiden Moving Averages bewegen. Einmal den blauen und auch den türkisen. Das Ganze wird jetzt also früher oder später, genauso wie ich auch gestern im Video erklärt habe, zu einer großen Bewegung bei Bitcoin führen. Denn einer der Moving Averages muss nachgeben. Der eine trendet nach unten und der andere nach oben. Deshalb genau darauf warten wir momentan auf dem Weekly Chart. Eine weitere Sache, die wir auf dem Weekly Timeframe sehen können, ist, dass wir eine ganze Weile über dieser massiven Widerstandslinie für Bitcoin auf dem Weekly Timeframe getradet haben, letztendlich allerdings nicht in der Lage dazu gewesen sind, das Ganze zu halten, darüber zu schließen. Was, ja, die Geschichte von Bitcoin in den letzten paar Monaten gewesen ist. Wir waren öfter mal darüber und letztendlich niemals in der Lage, darüber zu schließen. Das Ganze trendet auch nach unten. Ich meine, irgendwann werden wir mal darüber ausbrechen und auch darüber schließen. Und das wird auf jeden Fall ein schöner Tag für Bitcoin sein. Jetzt lasst uns mal zurück zum 4-Stunden-Chart kommen. Auf dem 4-Stunden-Chart können wir sehen, dass der Rand der orangenen Box hat wirklich versucht, uns 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal zu unterstützen, bis wir letztendlich diese, ja, diese rote Kerze gesehen haben, die versucht hat, darüber zu steigen. Wir haben diesmal, also schaut mal, das ist wie aus dem Lehrbuch, wie die frühere Unterstützung sich dann in einen neuen Widerstand verwandelt hat. Wir sind nach unten durchgebrochen, haben das gleiche Level, aber auf dem Weg nach oben getroffen. 1, 2, 3 Mal waren wir nicht in der Lage, darüber zu kommen und sind dann letztendlich nach unten gegangen, wo wir natürlich Unterstützung an unserer orangenen Box, am Rand der orangenen Box gefunden haben. Wir haben einen netten kleinen Bounce gehabt und derzeit traden wir in der Mitte der orangenen Box. Das ist jetzt auch der Grund, warum man unbedingt auf diese orangenen Boxen achten sollte, weil eine ganze Menge Leute haben eine ganze Menge Geld damit verdient, einfach beim Breakdown der Boxen nach unten zu shorten und dann an der Unterstützung wieder zu kaufen oder einfach Profite beim Shorts mitzunehmen. Eigentlich immer ziemlich interessant zu sehen, wie Bitcoin weiterhin diesen super wichtigen Rändern der orangenen Box folgt. Jetzt würde ich sagen, lasst uns noch zu einer weiteren Sache kommen, bevor wir zu den Wahlen übergehen. Was wir jetzt hier auf dem Daily Chart sehen können, ist, dass wir ein nettes kleines Dreieck gebildet haben. Wir haben ein Fake Out aus diesem Dreieck gesehen und sind im Endeffekt direkt wieder reingegangen. Genauso wie ich gestern jetzt gesagt habe, wenn wir den Abwärtstrend weiter fortsetzen, dann werden wir wahrscheinlich Unterstützung am Rand dieser Unterstützungslinie treffen. Was jetzt auch der Fall ist. Man kann eigentlich ziemlich gut sehen, dass wir gerade auf diese Unterstützung treffen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut für Bitcoin. Es gibt allerdings noch eine weitere Sache, die ich euch zeigen muss. Wenn ich mal den RSI einschalte, können wir sehen, dass wir auch hier ein ziemlich interessantes Pattern auf dem RSI bilden. Wir haben einmal diese Trendlinie hier beim RSI als Unterstützungslevel. Dann haben wir hier oben noch diese Widerstandslinie. Also ungefähr so. Was wir jetzt beim RSI haben, ist also auch eine Art Dreiecksformation. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, ob wir innerhalb dieser Formation weiter bouncen können. Und dann früher als später vielleicht werden wir einen netten kleinen Ausbruch auch aus diesem RSI haben. Und das wird sich dann natürlich auch auf den Bitcoin-Preis auswirken. Denn je nachdem, ob wir einen Ausbruch nach unten oder nach oben sehen, wird dann auch der RSI natürlich unterschiedliche Ergebnisse liefern. Wenn wir einen Break nach oben sehen, dann wird Bitcoin natürlich steigen. Sollten wir einen Breakdown sehen, dann korreliert das natürlich mit einem Drop von Bitcoin. Also lasst uns das weiter beobachten und ja, lasst uns auch einmal schauen, ob wir irgendetwas aus diesem Dreieck herausholen können. Denn diese beiden sind ziemlich stark miteinander korreliert. Sie werden sich gegenseitig antreiben. Das bedeutet, je nachdem, welches der beiden Dreiecke zuerst bricht, wird dann das andere diesen Effekt natürlich verstärken. Okay, und jetzt würde ich sagen, lasst uns mal mit den Wahlen weitermachen. Die Wale kaufen keine Bitcoin mehr. Was man hier sehen kann, ist, dass nachdem wir einen Haufen roter Punkte gehabt haben, was bedeutet, dass sowohl Wale als auch die kleinen Fische, also Kleinanleger, Bitcoin gekauft haben, okay, da können wir sehen, dass nachdem die Wale jetzt hier eben keine Bitcoin mehr gekauft haben, damit aufgehört haben, die kleinen Fische allerdings weitergekauft haben, und zwar für einen längeren Zeitraum Bitcoin gekauft haben, da haben die Wale schließlich einen großen Schritt gemacht und Bitcoin direkt oberhalb von 30.000 Dollar gekauft. Also sie haben, im Endeffekt haben sie eine Zeit lang bei 35.000, 37.000 innerhalb dieses Bereiches gekauft, und zwar wirklich eine ganze Weile. Jetzt allerdings haben sie aufgehört. Die Leute, die Bitcoin jetzt akkumulieren, sind lediglich die kleinen Fische. Die Wale, die neigen dazu, die Tops zu verkaufen und die Böden zu kaufen. Die dunkelblauen Punkte, die man hier sehen kann, das sind Wale, die Bitcoin an die kleinen Fische, an die Kleinanleger verkaufen. Dann weiter unten, da haben wir Wale, die von Kleinanlegern Bitcoin kaufen. Und dann haben wir hier sowohl die Kleinanleger als auch die Wale, die Bitcoin über einen längeren Zeitraum hinweg akkumulieren. Und sie kaufen das den ganzen Weg bis hier oben, wo sie dann ebenfalls wieder Gewinne mitgenommen haben und im Grunde genommen den Großteil ihrer Bitcoin-Bestände an die kleinen Fische verkauft haben, wie man jetzt hier an diesen dunkelblauen Punkten sehen kann. Was wiederum bedeutet, dass sie halt an die Fische verkauft haben, also Wale an die Kleinanleger. Okay, was können wir jetzt daraus schließen? Ich bin mir eigentlich gar nicht mal ganz so sicher, was ich davon halten soll. Wir haben die Daten genau hier. Wir wissen, dass die kleinen Fische immer noch Bitcoin kaufen, die Wale allerdings nicht mehr kaufen. Mal schauen, ob wir hier eine Trendwende erleben können. Vielleicht warten die großen Investoren einfach die Situation mit dem Krieg ab, die Unsicherheiten, die gerade stattfinden. Und vielleicht werden sie dann wieder einsteigen. Denn ich denke, dass die Wale, ja, seit etwa einer Woche eben nicht mehr kaufen, was im Grunde genommen etwa dem Zeitraum entspricht, in dem der Krieg angefangen hat, so richtig stattzufinden. Möglicherweise warten sie jetzt also nur noch darauf, dass sich die Lage entspannt und greifen dann wieder ein. Das müssen wir mal schauen. Ich werde euch auf jeden Fall diesbezüglich auf dem Laufenden halten. Und außerdem, Leute, falls ihr erfahrene Trader seid und einen netten Trading-Bonus sucht, dann könnt ihr bis zu 8.000 Dollar auf C-Trade bekommen, bis zu 3.500 Dollar auf Femex. Außerdem gibt es Rabatte auf der Delta Exchange für Options-Traden. Und falls ihr überhaupt keinen Bock auf Traden habt, dann könnt ihr immer noch passives Einkommen auf der X-Exchange verdienen. Und damit sind wir dann auch schon am Ende des Videos angelangt. Wie immer freue ich mich tierisch darüber, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, einen Daumen nach oben und das Video mit euren Freunden teilt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns dann im nächsten Video.